Was stellt die Energiewende nicht infrage? Die Wirtschaft stellt die Energiewende nicht infrage. Was wir aber infrage stellen, sind die permanent steigenden Preise. Hier muss die Politik gegensteuern. Wir schlagen vor eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Hierfür werden in diesem Jahr jetzt rund 25 Milliarden Euro ausgegeben. Hier gibt es die Möglichkeit, zum einen durch eine Kappung den weiteren Anstieg zu begrenzen und das in die Zukunft zu verlagern. Zum zweiten fordern wir die Politik auf, auf die Stromsteuer zu verzichten. Der dritte Baustein in diesem Konzept sieht vor, dass wir Kosten für Gebäudeheizung im privaten und im gewerblichen Bereich in die Bemessung mit einbeziehen. Damit könnten wir die EEG-Umlage auf weniger als 2 Cent drücken. Die Wirtschaft hat zunehmend Sorge, dass die Versorgungssicherheit noch garantiert werden kann. Die Kernkraftwerke werden abgeschaltet und Alternativlösungen sind bisher nicht in Sicht. Der weitere Zubau erneuerbarer Energien führt dazu, dass die Transportleistung im Netz weiter steigen muss. Wir fordern die Politik auf, möglichst schnell jetzt die entsprechenden Hochspannungsleitungen von Norddeutschland nach Süddeutschland zu den Verbrauchszentren herzustellen. Bis das gelingt, müssen entsprechende Kompensationen eingeführt werden. Hier sind die Regeln im Detail noch völlig offen. Hier gibt es keine belastbaren finanziellen Modelle. Das Ganze wird auf dem Rücken der Stromzahler ausgetragen und das finden wir nicht in Ordnung. Das Ganze wird auf dem Rücken der Stromzahler ausgetragen und das ist ein Schuss. Das Ganze wird auf dem Rücken der Stromzahler ausgetragen und das ist ein Schuss. bondreseproads. stark auf demarıster crown sind